Der Hammer war wurscht nicht, oder? Nee, oder? So ein dicker, ja. Der Typ hat doch den Hammer. Ja, der umsicht jetzt den Hammer und der lässt ja immer fallen, dann müssen wir alles im Mob umhauen und dann und so weiter. Die haben wir letztes Mal zu dritt hier gemacht, oder? Naja, da kommt ja nix. Steckt dann ab und zu in diese komischen Käfige. Wow, das war pfeilig. Uuuuuhh. Jetzt soll den Hammer fallen lassen. Ich hab den Hammer, und jetzt? Hier, im Mob hauen. Im Mob muss umgefräst werden. Genau, und dann wieder in Mitte. Hast du rum? Ja, der lebt doch noch. Äh, du musst auch den kaputtern, der am besten nicht Elite ist. Bist du jetzt bei uns, Sibi hier? Ich hab wieder noch eine Elite hier hinten. Hau mal die mal mit um. So. Ich muss den hinlegen, hat's keinen Sinn. Oh, ich wusste, funktioniert haben. Ja. Ich bin irgendwie mit Rippen. Ich bin irgendwie mit. Das war's für heute. Ich hab ihn schon. Bist der Hammer wieder da? Oder immer noch nicht? Ja. Das sieht uns kein. Wenn dann wäre er unverwundbar. Aber er ist ja hart. Ja. Der Hammer da? Ja. Äh, what the fuck? Wo bin ich denn jetzt? Nur im Käfig wahrscheinlich. Ach, im Käfig. Ja, klar. Kannste, äh... Worausboxen. Ja, gerade, gerade in die Aktion. Ja! Ja, gerade in die Aktion! Ja! 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 Der Mob ist vorher tot, bevor er überhaupt das Ding ist. Er chillt, juckt ihn auch. Nicht echt, ich glaube da voll weg. What? Meow. Ich bin ein Fungocloten. GG, GG. Jetzt an die Berüstungsstellen und wenn er weggeht und sich umdreht, Slash Bow eingeben. Ich bin ein Fungocloten. 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 Ich bin ein Fungocloten.